Über eine Million Flüchtlinge kamen im Jahr 2015 nach Deutschland. Herr Boos, als wir Sie und Professor Eftinakis vor einem Jahr zum Gespräch anlässlich der Frankfurter Buchmesse trafen, sagten Sie, auch das Verlagswesen werde darauf reagieren. Was hat sich seither getan? Es ist eine ganze Menge passiert. Natürlich konnte keiner das Ausmaß abschätzen im letzten Jahr, was auf Deutschland dazukommt. Auf der anderen Seite haben sich extrem viele Initiativen entwickelt, ob das jetzt regional in Städten, in Gemeinden, auf Bundeslandebene ist. Aber ich glaube, die Verlage hatten das noch relativ einfach, das mit Materialien zu entwickeln, die genutzt werden können. Ich glaube, schwieriger ist tatsächlich, die Menschen zu erreichen. Herr Professor Eftinakis, Sie sagen, nur allein über Bildungsangebote kann Integration nicht gelingen. Sie müssen in einen sozialen Kontext eingebettet werden. Was meinen Sie damit? Gibt es Beispiele? Wir haben ja in der Bundesrepublik über fast eine 50-jährige Erfahrung im Bildungssystem und im Umgang mit Kindern, die nicht aus diesem Kulturraum kommen. Das hat gezeigt, dass die Fokussierung lediglich auf die Sprache und deren Erwerb bei weitem nicht ausreicht, um diesen Kindern effizient in der Schule zu helfen, aber auch vor allem das Integrationsziel zu erreichen. Deshalb habe ich dafür plädiert, erstens einen erweiterten Bildungsansatz zu entwickeln und zweitens diesen zu verbinden mit einem Integrationsansatz. Herr Boos, gerade fiel das Stichwort Sprache. Wie sehen Sie die Aufgabe des Verlagswesens im Bereich Sprachförderung? Wir hatten gerade eben darüber gesprochen und ich glaube, der Ansatz von Herrn Professor Eftinakis ist der richtige. Man kann das nicht isoliert sehen, man kann jetzt nicht sagen, die Verlage müssen da die führende Rolle übernehmen. Sondern ich glaube, in erster Linie ist es ein integratives Bildungssystem, das dafür sorgt, dass da keine Ghettoisierung stattfindet. Dass man nicht nur Gruppen bildet, die dann tatsächlich ausgeschlossen werden, fast schon wieder, indem man spezifisch ein Programm entwickelt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen zusammenbringt. Also Kinder aus verschiedenen, unterschiedlichen Haushalten tatsächlich auch. Und ich glaube, dann passiert ganz viel Interaktion. Das eine ist, ich kann nur eine Basis schaffen, ich kann ein Angebot schaffen. Aber dieses Angebot dann umzusetzen, das muss einen ganz starken, integrativen Faktor haben. Und dann brauche ich Leute aus allen möglichen Bereichen. Die Frankfurter Buchmesse hat bereits Projekte ins Leben gerufen, die den Integrationsprozess unterstützen. Wie beispielsweise Fußball trifft Kultur, das es schon seit dem Jahr 2007 gibt. Im letzten Jahr haben sie das Projekt Bücher sagen Willkommen initiiert. Sind Sie zufrieden mit diesen beiden Projekten? Also mit Fußball trifft Kultur auf jeden Fall, das wäre es an einer gerauben Zeit machen. Aber da findet natürlich genau das statt. Also dann bringe ich Kinder aus unterschiedlichsten Gruppierungen zusammen. Die kommen aus einer gemeinsamen Schulklasse. Die arbeiten mit den Jugendtrainern von Bundesligamannschaften. Also da passiert ganz viel. Und wenn das große Turnier ist auch und spezielle Lernmaterialien wurden entwickelt, ein spezieller didaktischer Ansatz. Also ich glaube, das Projekt ist wirklich extrem erfolgreich. Bücher heißen Willkommen. Findet an einer anderen Stelle statt. Ist auch eine andere Art. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie das angenommen wird. Aber auch da, glaube ich, ist es wichtiger, auf die Leute zu gucken, die dahinterstehen und wie motiviert die sind und wie die das umsetzen können. Und wie die tatsächlich die Bücher, die da extra dafür entwickelt werden, eingesetzt werden und dass auch Spaß am Lesen da ist. Professor Eftinakis, auch Sie sind involviert in aktuelle Projekte. Möchten Sie uns Beispiele geben? Ja gut, wir haben ja darauf hingewiesen, dass die Studien, die sich mit dem Spracherwerb beschäftigen, ziemlich bescheidene Ergebnisse geliefert haben. Das heißt, allein auf die Fokussierung und allein auf die Sprache zu fokussieren, wird das Ziel überhaupt nicht erreicht. Wenn Sie diese Kinder zur Kenntnis nehmen, die jetzt als Kinder mit Fluchterfahrung zu uns kommen, das sind Kinder, die Risikosituationen zu bewältigen haben, teilweise traumatisiert sind. Ich kann das nur über einen Sprachansatz nicht angehen. Ich brauche andere Schwerpunkte, zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit, diese Kinder zu stärken, ihr Selbstwertgefühl und vieles andere noch. Das heißt, wir brauchen einen viel breiteren Bildungsansatz. Und das aber auch allein würde nicht ausreichen. Wir brauchen ergänzend auch eine soziale Einbettung der Kinder. Wir müssen diesen Kindern helfen, die Umgebung, in der sie sind, jetzt zunächst mal zu begreifen, zu verstehen. Eine kognitive Karte zu entwickeln über die ganze Situation, in der sie sich befinden. Zu lernen, wie das System funktioniert, wie das Verkehrssystem funktioniert. Dazu überzugehen, die Ressourcen, die der soziale Raum bietet, auch in Anspruch zu nehmen. Bis hin zu der Anknüpfung von sozialen Kontakten oder zu Kontakten zu der Arbeitswelt. Wenn es uns gelingt, diese beiden Ansätze miteinander zu verbinden, dann kommen wir gewiss miteinander weiter. Ja. Und ich glaube auch, man muss die Ausbilder ausbilden. Also man muss vermutlich auch in den Fußballverein gehen und dann mit dem Jugendtrainer den auch in die Lage versetzen, mit so einer multiethnischen Fußballmannschaft umzugehen, mit Jugendlichen, die genau diese Erfahrungen gemacht haben, von denen Sie sprechen. Und es wird in der Tat der Erfolg sich einstellen, wenn es uns gelingt, auch die Bildungsangebote mit diesen Lernorten außerhalb der Schule auf das engste miteinander zu verbinden. Und hier sehe ich auch in den Bibliotheken, in Sportvereinen, in Spielplätzen und in anderen Lernsituationen exzellente Chancen, diesen Kindern zu helfen. Damit Integration in den Bildungseinrichtungen gelingen kann, müssen die pädagogischen Fachkräfte darauf vorbereitet werden. Die Frankfurter Buchmesse und der Didakterverband kooperieren seit Jahren bei der Organisation des Bildungskongresses. In diesem Jahr lautet das Thema Zusammenleben, Zusammen lernen – Kinder mit Fluchthintergrund in Kita und Schule. Was kann diese Art der Fortbildung leisten? Na ja, unser Thema ist ja eigentlich eher, dass wir den Austausch fördern zwischen denen, die Erfahrungen gemacht haben und denjenigen, die auch mit der didaktischen Ausbildung darauf kommen. Das ist ja ein sehr breites Feld, das reicht ja von der Therapie eben bis in die Philologie. Wir sind da vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, erstmal muss man da auch den Überbau schaffen, Verständnis schaffen. Was ist alles möglich und wie kann ich das Ganze verzahnen? Und das muss möglichst schnell gesehen. Und dann müssen wir gucken, wie kriegen wir diese Kraft? Und es ist ja viel Motivation da und es ist viel Energie da, aber die muss zielgerichtet sein. Und ich erlebe selbst, wie oft Organisationen nebeneinander herarbeiten. Also ich glaube, unsere als Buchmesserrolle muss sein, das zu verzahnen und die unterschiedlichen Ansätze aufzuzeigen und in Austausch miteinander zu bringen. Wir wissen ja aus der Forschung, dass die Faktoren des Gastlandes eine maßgebliche Rolle an der Integration dieser Kinder und Erwachsenen spielen. Deshalb war ich begeistert, als ich voriges Jahr die Menschen sah am Münchner Hauptbahnhof, wie sie mit Freude und wie sie mit diesem Einsatz diese Gäste empfangen haben. Ich glaube, das war ein Signal, das nicht nur jetzt bei einem freundlichen Empfang bleiben darf, sondern bis hin zu der Haltung von uns allen reichen muss. Und hier sind Professionalisierungsmaßnahmen, wie sie auch auf der Messe organisiert werden, ein zuverlässiger und guter Weg. Vor einem Jahr sprachen Sie davon, dass bei allen Anstrengungen zur Integration auch internationale Einflüsse berücksichtigt werden sollten. Welche Länder dienen als Vorbilder? Ja gut, Kanada ist ein Land, von dem man lernen kann, wie man Fremde integriert, wie man sie aufnimmt, wie man mit Respekt der eigenen Sprache und Kultur begegnet. Wir können in Australien sehr viele gute Beispiele finden, in New Zealand und nicht zuletzt auch in Schweden. Hat sich die Rolle der Gastländer, in diesem Jahr Flandern und die Niederlande, vor dem Hintergrund des Flüchtlingsstroms verändert? Ja, also Flandern und Niederlande ist ein gutes Beispiel, wenn Sie sich die Autorenliste anschauen. Da sind einige Autoren dabei, die eben nicht niederländische oder flämische Namen haben. Wenn Sie sich die Themen anschauen, dann beschäftigen Sie sich sehr, auch mit Kolonialismus, also als man in den Kongo gegangen ist, als die Niederländer ihre Kolonien hatten. Und das hat natürlich auch die Länder selbst wieder verändert im Gegenzug. Also ich glaube, dass gerade die Niederlande, Amsterdam, die Region sehr international geprägt ist. Und ich glaube, das wirkt sich immer auf die Literatur aus. Ich fand das jetzt auch sehr spannend, als Sie Kanada erwähnt haben. Wir werden in den nächsten Jahren noch Kanada als Gastland haben. Aber wenn Sie da auch feststellen, dass es da auch einen Sprachengraben gibt, zwischen französisch sprechend und englisch sprechend. Es hat immer zwei Facetten. Natürlich ist es ein Einwanderungsland. Einerseits ist man sehr tolerant. Auf der anderen Seite muss man extrem viel Arbeit darauf verwenden, allein mit diesen zwei Sprachen zu leben. Und ich denke, das sieht man jetzt auch in unserem diesjährigen Gastland, insbesondere in Belgien, wie schwierig es ist, mit so einem Multisprachen, mit einem multiethnischen Land umzugehen. Ich glaube, es erfordert wahnsinnig viel Arbeit. Das ist richtig und das ist auch im Grunde genommen das Produkt von national fokussierenden Bildungssystemen, die im Grunde genommen in der Stärkung, in der Dominanz der Muttersprache und in der Stärkung der ethnischen Identität die Instrumente gesehen haben, wie der Zusammenhalt einer Nation gesichert werden kann. Aber heute, wo die Nation eine untergeordnete Rolle spielt, in Europa beispielsweise, kann man allein mit diesen Instrumenten nicht weiterkommen. Heute ist eine Aufgeschlossenheit der linguellen und kulturellen Vielfalt als eine Grundkompetenz zu betrachten, wie auch jüngst jetzt die virtuelle Kompetenz. Das heißt, der Kompetenzkatalog erweitert sich für moderne Bildungssysteme und vor allem es verändert sich die Philosophie. Heute brauchen wir mehr kooperative Modelle. Das bedeutet natürlich auch, dass wir über Zeiträume reden, die sehr lang sind. Das bedeutet gesellschaftliche Veränderung und das bedeutet Akzeptanz in den Vordergrund zu stellen und nicht Toleranz, sondern Akzeptanz. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und ich glaube, wenn wir das bei den Kindern in die Schulen bringen, das wird nicht einfach sein. Das wird ziemlich lange dauern. Das sind so schön uns ins Tabuch geschrieben, ich zitiere, Toleranz sollte eigentlich eine nur vorübergehende Gesinnung sein, die zu Anerkennung führen muss. Dulden heißt beleidigen. Kooperative Modelle, ein schönes Stichwort. Sie kooperieren seit einigen Jahren. Wenn Sie einen Wunsch hätten an den Kooperationspartner für die Zukunft, Frankfurter Buchmesse oder Didakterverband, welcher wäre das? Zunächst einmal möchte ich aus der Sicht des Didakterverbandes der Buchmesse sehr herzlich danken für diese Aufgeschlossenheit und für die bisherige sehr gute Kooperation. Ich glaube, wir befinden uns auf dem Weg, diese Kooperation zu stärken und der Didakterverband ist gerne bereit, diese Kooperation nicht nur fortzusetzen, sondern auch zu vertiefen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass Bücher ja für Dialog stehen. Erstmal zwischen Autor und Leser. Das heißt natürlich in unserem Fall allein in den fünf Tagen, diese 300.000 Menschen, die in einer gewissen Art sich austauschen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr gemeinsam Öffentlichkeit schaffen. Dass es nicht nur um ärztliche Versorgung, dass es eben nicht nur um Integration, sondern dass es ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und vermutlich erschließt sich das nicht auf den ersten Blick, dass wir beide versuchen, das gemeinsam voranzutreiben. Da würde ich mir wünschen, dass wir da noch stärker werden können in der Öffentlichkeit, eben zu zeigen, dass wir beide Dialog versuchen zu ermöglichen. guys who assiste auch die Clücks bis zum nächsten Mal. Auf στο den ganzen kommst residence Sustainable S Festival Andrews jetzt bigger ведь ich wegen der Grund. Ich freue mich das. Dann muss einfach wissen, was ich schon mal so gesagt habe.